Es ist ja eigentlich was unglaublich Seltenes, Kostbares, dass ein Künstlerkollege so eine Initiative hat. Das finde ich grandios. Die Leute, die hier in der Nähe wohnen, die sind zu beneiden, die können immer wieder mal flanieren. Das ist ja auch nicht so, dass man sagt, so, das hat man jetzt gesehen. Es ist ja tatsächlich wie im Gang durch die Natur. Der Wald ändert sich auch von Jahreszeit zu Jahreszeit. Das erste Stück der Säule ist quasi wie ein Sorkel, auf dem steht dieses Gefäß, ganz fein. Und dann geht aber dasselbe Format von dieser Säule darüber weiter, bis es die Decke erreicht. Das heißt, auf dieses, was einerseits so erhöht ist, lastet auch sehr viel. Das wird sehr geadelt und es muss viel tragen.